Am besten wir gehen jetzt. Ja, okay, gehen ab zum Putzplatz. Okay. Dann habt ihr euch die Sättel ausgesucht. Ich mach Funkel. Okay, ich mach Francesco. Jetzt müssen sie nur noch gesattelt werden. Aber ich freu mich so auf den Ausritt. Ja. Vor allem das heißt FMA mitnehmen. Ja, eigentlich soll das FMA mit Bini und mir heißen. Ja, stimmt. Aber naja. Es ist ja eigentlich auch mit mir. Eigentlich wär's mit mir, aber wir haben uns noch so spontan verabredet. Und das hab ich dann ganz vergessen. Und dann fiel's mir wieder ein. Hm, ach so, ja. So, oh, oh, oh. Ich sag's schon, ach so, ja. Ach, das geht mir wirklich nicht. Leute. Mein Lumenbett ist gerissen. Und jetzt hab ich nicht mehr. Dann hat Funkelheit keine Halfter mehr. So. 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 Vielen Dank.